Ich kenne die Gräfin am Naschmarkt und ich war nur jetzt schon seit Jahren nicht mehr dort. Also ich glaube, ich würde nicht mehr hingehen. Ich bin öfter im Museumscafé da, Merk. Neni zum Beispiel. Das ist israelisch. Da gibt es einen guten Hummus. Ich gehe immer nur zu einem, weil ich das da gut finde. Ich habe die anderen erst gar nicht ausprobiert. Wie das heißt, weiß ich nicht, aber da gibt es so griechische Spezialitäten und auch Wiener Frühstück. Also ich frühstücke hier gern. Es gibt ein indisches Restaurant, wo wir öfter hingehen. Oder wir gehen zu einer eisernen Zeit auf einen Gulasch oder einen Schnitzel, wenn es noch klassisch Wienerisch ist. Ich kenne ein Kaffeehaus. Das wäre das Kaffee-Oberlach. Tee, leon, toa. Der Rinderwahn. Das ist klar. Vorne liegt es. Für mich das Beste. Gutes Steak, gute Burger und Rindfleisch für ihn. Die Schnitzel, das ist die Pate. Ja, ich sage, wir haben versucht. Ja, wir haben versucht. Ja, wir haben versucht. Das war gut? Das war gut. Das war gut. Das war gut. Ja. Das war gut.